Das Problem ist ein anderes, ich trinke nicht gern Bier, damit fängt es an, wenn man dann die starken Würzigen, ich bin nicht mehr ein wirklicher Brulett-biermässiger, ich trinke gern Packs und so, Heineken, Heineken ist super, das gibt es in einer 1 Liter Dose, wenn der Figur ist es schlecht, das fängt an der Boss dort vorn wahrscheinlich und das will ja keiner sozusagen, beziehungsweise man kriegt dann, nein, das war nicht derzeit, was ich schon an seiner Schettenentzündungen gehabt habe, begonnen hat es mit 12 Jahren, egal, 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 3, 4! 6! 6! 7! 5! 8! 10! 10! 10! 10! inflcles hören. 11! 17! 23! 24! 23! 24! 24! 25! 25! 25! 25! 25! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020